Zu viel Belastung durch den Alltag führt irgendwann zum Zusammenbruch. Schützen Sie sich davor. Wenn der Alltag zur Belastung wird, ist schnelle Hilfe gefragt. Stress greift auf Dauer nicht nur den Körper an, sondern auch das Gehirn. Ihr Arbeitgeber aber auch andere Stellen können Ihnen hier schnelle Hilfe bieten. Eine Möglichkeit zur Entlastung ist hier die Haushaltshilfe. Voraussetzung für eine Kostenübernahme Ihrer Krankenversicherung ist eine ernsthafte Erkrankung. Wenn Sie zum Beispiel im Krankenhaus oder in der Reha sind, besonders aber bei ernsthaften Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs, ist die Chance auf eine Bewilligung der Mittel für eine Haushaltshilfe hoch. Sie haben als Krankenversicherte einen Anspruch auf eine Haushaltshilfe bzw. die Kostenerstattung. Nutzen Sie die Möglichkeit in jedem Fall. Anträge auf eine Hilfe sowie Kostenerstattung können Sie bei Ihrer Krankenkasse stellen. Wenn Sie einen schwer erkrankten, pflegebedürftigen oder behinderten Verwandten pflegen müssen, haben Sie ebenfalls Ansprüche auf Unterstützung und Entlastung im Haushalt und in Pflege. Auch hier helfen zuständige Krankenkassen weiter. Ihr Arbeitgeber kann Ihnen finanzielle Unterstützung in Form von steuerfreien Beihilfen bis zu einem gewissen Betrag geben. Dieser Betrag kann auch für Betreuungsleistungen verwendet werden. In diesem Fall gibt die Arbeitgeber den Betrag an ein Dienstleistungsunternehmen, das sie im Fragen der Betreuung berät oder vermittelt. Wichtig ist hier nur zu wissen, dass die Hilfe von Ihrem Arbeitgeber natürlich nur als Entlastung gedacht ist, nicht als Bonus. Wichtig ist hier nur zu kommen! Wer auch